Hi, ich bin Finja und ich wurde heute zur stellvertretenden Sprecherin des BSSR gewählt. Ich komme gebürtig aus Bonn, bin dann nach Göttingen gegangen und habe da die Ausbildung zur Physiotherapeutin abgeschlossen, studiere jetzt in Hildesheim Bildungswissenschaften in Gesundheitsfachberufen und genau an der Hochschule habe ich auch Janine Topp kennengelernt, die hat mich zum BSSR gebracht und jetzt bin ich dafür zuständig, eure Meinung zu vertreten und das ist ganz cool, weil der BSSR bietet als einziges Gremium die Möglichkeit, dass Schüler und Studierende ihre Meinung vertreten können. Also ich würde mich freuen, von euch zu hören, dass wir in Kontakt treten können. Bis zum nächsten Mal.